Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video zeige ich dir Jupiter Ex Pro, das WordPress-Theme von Artbees. Wir schauen uns die Features an, wie die Layout-Vorlagen aussehen, was man alles mit dem Theme unternehmen kann, wie sich damit arbeiten lässt und ganz zum Schluss zeige ich dir auch noch, wie du das Theme am besten erwirbst. Laut Hersteller ist Jupiter Ex für jeden gemacht, aber auch gleichzeitig auf jeden zugeschnitten. Mal schauen, ob sie diesen Spagat wirklich schaffen. Schauen wir zuerst mal hier in die Premium Templates, Advanced Customization, das sieht schon mal sehr gut aus. Gefällt mir, was man hier sehen kann. Den Header kann man entsprechend anpassen, wie man das möchte. Bloggen ist wohl auch gut unterstützt. Portfolio lässt sich anlegen. Premium Sliders. Ja, also man sieht schon, wer sich mit mehr als einem Theme beschäftigt, der sieht, das sind dann auch immer wieder die gleichen Funktionen, die man hier haben möchte. Und es gibt dann hier auch noch eine ganze Reihe dieser Jet-Plugins. Da schauen wir uns auch noch an, wozu die gut sind. Und ja, das war's schon. Was hier definitiv auffällt, da bin ich ein bisschen zu schnell durchgescrollt, ist, dass wir hier einen alten Bekannten wiederfinden. Und zwar den Elementor-Bilder. Hier steht's auch. Da bin ich mal gespannt, weil auch gleichzeitig vom WP-Bakery-Page-Bilder die Rede ist. Mal schauen, ob das das Gleiche ist oder was hiermit gemeint ist. Auf jeden Fall auf den Screenshots ist überall Elementor zu sehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Frontend-What-You-See-Is-What-You-Get-Editing-Erlebnis. Wie immer habe ich das Theme installiert und muss jetzt noch damit beginnen, die fehlenden Plugins nachzuladen. Hier sind sie alle aufgelistet. Hier steht zum Beispiel etwas vom WP-Bakery-Page-Builder, eine modifizierte Version. Allerdings Elementor kann ich hier nicht lesen. Na, mal sehen, was passiert. Ich installiere mal die Plugins. Machen wir einfach mal alle installieren, übernehmen. Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert und jetzt sind wirklich alle Plugins installiert. Dann müssen wir zurück auf die Plugin-Installer-Seite und hier noch einmal alle Plugins anklicken und aktivieren. So, jetzt haben wir alle notwendigen Plugins installiert und aktiviert. Der erste Eindruck, wenn wir auf das Backend gehen nach der Installation, ist, dass sich hier links im Menü alles sehr stark gefüllt hat. Also es gibt hier jede Menge zusätzliche Plugins. Wir haben hier Elementor und das habe ich extra nochmal nachgeschaut. WP-Bakery-Page-Builder gibt es auch. Wie die beiden sich untereinander vertragen, das ist mir nicht ganz klar. Also ich würde sagen, verwende entweder den einen oder das andere. Und wenn es nach mir geht, bitte auf gar keinen Fall den WP-Bakery-Page-Builder. Da gibt es bessere Optionen. Und was haben wir hier noch? Ja, wir sehen ja hier, dass es gibt so viel zu entdecken hier. Wir schauen uns jetzt einfach mal von oben nach unten die meisten Punkte davon an. Es gibt auch gleich weitere Updates, die wir machen können. Das war Nummer eins. Das war Nummer zwei. Es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, WooCommerce einzustellen. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Und die Zukunft von WooCommerce in Form von WooCommerce Admin brauche ich aktuell auch nicht zu sehen. Es gibt auch gleich weitere Aktualisierungen. Wollen wir die einfach mal machen. Hier draufklicken, aktualisieren. So, das hat fast bei allen geklappt. Nur bei Advanced Custom Fields Pro hat das nicht geklappt. Ich lasse das jetzt einfach mal. Denn langsam ist genug mit aktualisieren. Ich möchte mal in JupyterX reingucken. Schauen wir uns also mal das Control Paddle von JupyterX an. Hier können wir das Theme wieder deaktivieren. Witzigerweise bei Plugins steht Plugin Management is Move to Appearance Installed Plugins. Und wenn ich da draufklicke, dann habe ich keine Berechtigung darauf zuzugreifen. Ich will das mal überspringen und hier auf Templates gehen. Und das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Denn hier können wir Vorlagen installieren. Wie viele gibt es hier? Einige? Ja. Okay, da schauen wir uns gleich eine raus. Bei Image Sizes können verschiedene Größen von Bildern definiert werden. Warum das hier an dieser Stelle notwendig ist, gute Frage. Der Systemstatus, da wird mir angezeigt, wie gut meine Installation ist. Ob ich noch irgendwas verändern oder verbessern kann. Es gibt die Möglichkeit Down zu graden. Das sieht man auch eher selten, falls irgendwie ein Problem erscheint. Und bei Settings haben wir noch ein paar allgemeine Einstellungen, Google Analytics, zusätzliche Keys, die wir anlegen können und so weiter und so fort. Was wirklich interessant ist, ist wie die Frontseite aussieht. Und wie wir sehen, das ist immer noch relativ nackt. Das heißt, es wird jetzt einfach mal Zeit, ein neues Layout zu importieren. Gehen wir einfach hier mal bei Templates. Das ist diesmal mit einer Fastfood-Seite. Ich gehe auf Import, Full-Import oder Content-Import mit Medien. Die sind mit Copyright versehen. Also müssen wir vorsichtig sein. Jedes Mal, wenn wir ein neues Layout installieren, so der Hinweis, wird alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben, ersetzt. New Content will be replaced. Okay. Dieser Screen ist jetzt schon seit über 10 Minuten an dieser Stelle hängen geblieben. Der Rechner an sich nicht. Deswegen gehe ich dann mal davon aus, dass diese Installation fehlgeschlagen ist. Was natürlich nicht besonders gut ist, weil jetzt weiß man im Prinzip nicht genau, was das System gemacht hat oder auf welchem Stand das System jetzt gerade ist. Aber meiner Einschätzung nach gibt es einfach zu viele Plugins. Es könnte sein, dass ich die Installation nochmal neu machen muss und dabei letztendlich nicht alle Plugins installiere. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich versuche jetzt einfach mal, den Browser zu aktualisieren und vielleicht ein anderes Layout zu installieren. Und vielleicht habe ich ja Glück und es wird alles überschrieben. Okay. Aktualisieren. Das ist natürlich der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um zu aktualisieren. Ich kann jetzt hier auch wieder normal auswählen. Schauen wir doch mal, was als nächstes... Ja, wie wäre es mit einem Luxushotel? Okay, nehmen wir das mal. Import. Full Import. Er resettet ja die Datenbank. Deswegen habe ich große Hoffnung. Installieren, bestätigen und go. An der Stelle ist es hängen geblieben. Und es ist jetzt schon, wenigstens sieht es so aus, als sei es schon weitergekommen. Aber es bleibt wieder hängen. 20 Sekunden später. 40 Sekunden später. 60 Sekunden später. Dauert auf jeden Fall schon wieder zu lange. Ich aktualisiere jetzt nochmal und bestätige. Vielleicht schauen wir einfach mal auf die Startseite, gucken, was passiert ist. Ob vielleicht das Theme schon installiert ist. An der Seite gefunden. Also anscheinend wurden die Inhalte bis jetzt gelöscht. Ja, das ist natürlich nicht sehr vielversprechend. Also entweder sind es zu viele Plugins oder vielleicht ist es auch, sagen wir mal hier, der Systemstatus. Da können wir mal reinschauen. Das wäre jetzt so meine nächste Vermutung, dass hier vielleicht irgendeine Einstellung auf dem Server nicht richtig aktiviert ist oder nicht richtig eingestellt ist. Es sieht nicht danach aus. Es gibt keine Warnung. Dann noch einen Systemreport erstellen lassen. Probieren wir das mal aus. Okay, das ist anscheinend das Gleiche, nur im Textformat. Versuchen wir uns davon mal nicht abbringen zu lassen und einfach mal weiterzumachen. Wie wäre es damit, zu prüfen, ob ich Seiten erstellen kann? Also erstellen wir mal eine neue Seite. Nennen diese Seite Testseite. Und wir können ja mal speichern. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, zwischen dem Elementor und WPBakery zu entscheiden. Ich klicke mal auf Elementor. Und in der Tat, wir können mit dem Elementor arbeiten und haben damit auch einen wirklich brauchbaren Frontend-What-You-See-Is-What-You-Get-Editor. Das ist wunderbar. Also hier zum Beispiel mal, sagen wir mal, zwei Spalten einfügen. Und in die erste Spalte packen wir jetzt mal eine Überschrift. Und so, der Drag & Drop. Hey ho! Und dann machen wir hier auf diese Seite ein Bild rein. Ah, wir können auch mit der rechten Maus klicken. Bild bearbeiten. Und wenn ich hier ein neues Bild einfügen möchte, muss ich hier links draufklicken. Schauen wir mal in die Mediathek. Da ist jetzt natürlich nichts drin. Dann fügen wir doch einfach mal das Logo ein. Hier haben wir das schöne große Logo. Medien einfügen. Wunderbar. Da fällt mir ein, da wir ja jetzt mit dem Elementor arbeiten. Und ich habe auch mal ein bisschen rumgeschaut. Es sieht so aus, als wenn wir auf Global gehen. Das ist nicht die registrierte Version. Also wenn wir hier die Pro-Version nutzen wollen, dann müssen wir die noch separat erwerben. Also wir gehen mal auf Elementor verlassen. Und ich möchte jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich einen anderen Seitentyp nehme. Ein anderes Seitentemplate. Und zwar finde ich das hier unten rechts. Da ist ja das Standard-Template ausgewählt. Und wenn ich jetzt beispielsweise Elementor volle Breite sage und speichere und dann mit Elementor bearbeite. Dann habe ich immerhin die Möglichkeit, hier eine relativ nackte Seite zu erstellen und damit ein bisschen mit Elementor herumzuspielen. Um zu testen, ob ich es doch noch installiert bekomme, bin ich jetzt hingegangen und habe alle Plugins deaktiviert, die nicht zwingend erforderlich sind. Und ich bin auf jeden Fall schon mal einen Schritt weitergekommen und warte jetzt an dieser Stelle. Es hat geklappt. Aha, okay. Es ist immer wieder das Gleiche mit WordPress, muss ich sagen. Je mehr Plugins du installierst, desto instabiler wird das gesamte System. Das heißt, es liegt noch nicht mal an diesem Theme, was wir hier verwendet haben, sondern daran, dass wir einfach viel zu viele Plugins installiert haben. Wir sehen auch, sobald diese Plugins alle deinstalliert sind, sieht das Ganze hier auch schon deutlich aufgeräumter aus. Und was wir jetzt haben, ist hoffentlich eine Jupyter-X-Seite, die ganz anders aussieht und mit der wir deutlich besser arbeiten können. Ja, das sieht ja schon mal etwas schicker aus. Okay, ja, da könnte man direkt Hunger kriegen. Also nochmal, hier sind die Plugins, die ich alle deaktiviert habe. Nur Advanced Custom Fields und tatsächlich das, wo ist es, das Jupyter-X-Core-Plugin sind jetzt aktiv. Und wir sehen auch hier, dass es diese Warnmeldung gibt. Aber ich würde mal sagen, dismiss this notice. Denn wir wollen jetzt nicht versuchen herauszufinden, welches es denn ist. Also wenn du das Theme einsetzt, dann würde ich halt einfach empfehlen, dass du Plugin nach Plugin installierst und auch vielleicht schaust, was dieses Plugin genau macht, um herauszufinden, ob du es nun wirklich auf deiner Webseite brauchst. Also beispielsweise die Jet-Elements für Elementor, da ist halt die Frage, inwiefern du das dann tatsächlich nutzen kannst. Also hier gibt es zum Beispiel ein Mega-Menü-Add-on. Brauchst du wirklich ein ausgefallen, komplexes Menü oder könntest du das auch erstmal deaktiviert lassen? Also ich mache das Ganze nochmal zu. Und jetzt können wir hingehen und zum Beispiel die Startseite einfach mal versuchen, mit Elementor zu bearbeiten. Also ich klicke mal auf mit Elementor bearbeiten. Und schon kann ich diese Elemente hier selektieren. Ich gehe mal davon aus, dass das Hintergrund-Grafik, ja hier ist es, für dieses Element ist diese schicke Hintergrund-Grafik aktiviert. Ah, wir müssen hier oben hin, weil wenn ich mit der Maus hochfahre, dann verschwindet das Ding da oben. Mal gucken, ob ich schnell genug bin. Ne, bin ich nicht. Achso, rechte Maustaste. Ah, Abschnitt bearbeiten. Gut zu wissen, dass Elementor auch eine rechte Maustaste hat oder diese unterstützt. Und jetzt wollen wir mal schauen, unter Stil müsste eigentlich, da ist sie, die Grafik. Da könnte ich sie jetzt zum Beispiel auch austauschen oder wegnehmen. Und mich interessiert, wie zum Beispiel hier unten diese Kurve gemacht ist. Ob das die Grafik, es sieht so aus, es sieht so aus, als sei das das Bild selbst. Ich musste nochmal suchen und es ist tatsächlich so diese Trennlinie hier unten. Das ist tatsächlich das Bild, also der Hintergrund selbst. Man sieht es hier unten, wenn ich nicht mit der Maus drüber gehe. Und dann gibt es noch eine Hintergrundüberlagerung. Das ist dann dieser Burger. Der ist übrigens vegan, wenn ich das richtig sehe. Okay, er sieht nicht besonders lecker aus. Okay, dann haben wir noch die Trennlinie. Und hier ist die Frage, wie das aussehen würde, wenn ich da mal auf Berge gehe. Und hier oben sehen wir dann, dass Berge als Trennlinie angezeigt werden. Machen wir das mal unten. Achso, unten Berge und oben keine. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier unten eine ganz wilde Trennlinie. Also Elementor unterstützt auch Trennlinien. Allerdings ist das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, nämlich wenn wir hier auf keine gehen, tatsächlich in die Grafik eingebaut. Man sieht hier schön, was für außerordentlich attraktive Layouts man schaffen kann, wenn man nur mit wenigen Elementen arbeitet, aber genau weiß, wie man die layert. Das heißt, wir haben hier eine Verlaufsgrafik, die einfach covermäßig aufgezogen ist. Einen dunklen Hintergrund mit einer hellen Schrift, mit einer weißen Schrift. Und das hier ist eine freigestellte PNG-Grafik, die quasi da drauf gelayert ist mit dem Hintergrundüberlag. Das sieht alles sehr ansprechend aus. Wenn ich Text bearbeiten möchte, dann ist das Coole bei Elementor, dass ich also direkt hier arbeiten kann. Ich muss nicht erst auf den Text klicken und dann hier rüber wechseln und da den Text bearbeiten. Ich kann, aber ich muss nicht, wie das eben bei vielen anderen Themes auch ist. Und meiner Meinung nach ist das die Zukunft, die ja schon längst angefangen hat, weil es gibt schon diverse Frontend-Editor, die das wirklich extrem gut unterstützen. Was können wir noch auf dieser schicken Seite machen? Gucken wir mal hier. Ja, also Bilder austauschen mit Sicherheit auch. Jetzt müssten auch mehr Bilder im Backend sein. Wenn ich hier mal draufklicke, jetzt haben wir natürlich dann doch deutlich mehr in der Datenbank. Und ja, wir haben jetzt einige seiner Auswahl hier. Wunderbar. Also wir können hier auch andere Bilder auswählen. Und diese Elemente zum Beispiel, das ist ein Slider. Gucken wir uns den mal an. Das Element heißt Testimonials. Gehen wir mal zurück. Also was ist, wenn ich zum Beispiel ein eigenes Element einfügen wollte? Gehen wir das so testweise einfach mal ganz nach unten. Wurdert hierher ziehen. Einmal eine Sektion erstellen. Und dann möchte ich auch mal so ein Testimonial-Ding einfügen. Dazu klicke ich dann erst auf das Pluszeichen und suche hier einfach mal nach Testimonial. Testimonials. Man kann bei Elementor nicht auf das Element draufklicken. Und dann wird das an der Stelle eingefügt, auf der ich das Pluszeichen gedrückt habe, sozusagen. Das machen andere Editoren wiederum, was ich sehr praktisch finde. Man muss hier immer klicken, ziehen und fallen lassen. Wenn man sieht, das ist super einfach zu bearbeiten. Ich habe jetzt hier Item 1 bis 6. Und ich kann jetzt so viele Items nutzen, wie ich möchte. Und das Ganze wird dann entsprechend als Slider auch angezeigt. Hier unten kann ich dann sagen, wie viel ich jeweils gleichzeitig sehen möchte. Zum Beispiel zwei nebeneinander. Und was passieren soll, wenn ich mit der Maus drüber gehe und so weiter. Hier gibt es diverse Optionen. Also hier bleiben wirklich keine Wünsche offen, was die Elemente betrifft. Also als die Installation der Layout-Vorlage nicht funktioniert hatte, habe ich schon gedacht, oh meine Güte, ob ich das Ding noch retten kann. Aber man sieht ja, in Kombination mit Elementor und den Möglichkeiten, die das Jupyter-Theme anbietet, macht es doch wirklich auch einiges an Spaß, hier drin zu arbeiten. Nehmen wir das doch einfach wieder raus, weil wir das ja gar nicht brauchen werden. Speichern und dann nochmal scrollen wir nochmal hier so ein bisschen durch, was es sonst noch gibt. Fortschrittsbalken, Netzwerk-Icons und dann gibt es noch die Raven-Elements. Das ist ein Add-on anscheinend für das Jupyter-Theme X. Fügen wir doch einfach mal hier so ein Button ein, und zwar hier auf das Plus gehen. Dann gehen wir mal so ein Raven-Element, nehmen wir mal diesen Button hier und lassen den mal da fallen. Hier einen schönen großen Button einbauen. Also hier kann man eine SVG-Datei hochladen, was ich super finde. Das kann auch noch nicht jedes Theme mit SVG wirklich richtig umgehen. Falls du SVG noch nicht kennst, das sind halt Vektorgrafiken, die man im Browser so einbetten kann, dass egal wie groß oder klein sie werden, sie sehen halt immer so gut aus, wie es geht. Das heißt, die sind unendlich skalierbar. Sie sehen also auf einem kleinen Screen genauso gut aus, wie auf einem sehr großen Screen. Aber ich gucke jetzt mal in die Icon-Bibliothek rein. Was würde ganz gut passen? Irgendwas mit einem Burger natürlich. Ah, ein Hamburger-Icon haben wir sogar. Also, einfügen und das ist jetzt der Button. Jetzt möchte ich den Button ganz gerne ein bisschen besser ausrichten, aber vielleicht auch hier. Es gibt einen Hover-Effekt, Grow, drüber gehe, dann wächst der Button. Drink Pulse, drüber gehe, pulsiert der Button. Wobbles-Queue, oh ja, ganz wild. Okay, dann wollen wir aber mal den Button schauen, ob wir den Button tatsächlich in die Mitte hier kriegen. Gehen wir mal auf Stiel und mittig ausrichten. Das passt. Jetzt würde ich den ganz gerne noch ganz groß machen. Dann ziehen wir einfach mal hier lang. Ja, das klappt. Und halt, ja, dass nicht ein toller Button ist. Jetzt machen wir vielleicht noch die Hintergrundfarbe, eine ganz wilde Hintergrundfarbe. Dazu können wir hier auf Background-Type gehen, machen wir einen Gradienten und dann von, das ist die Second Color. Die erste Color ist von mir aus grün und die zweite Color ist blau. Wunderbar. Ah, der Text, der sollte natürlich auch noch viel größer sein. Den Text können wir hier unten. Typografie. Dann machen wir den Text auch mal deutlich größer. Ja, wunderbar. Klick mich, wenn du einen Hamburger ordern möchtest. Ja, runde Ecken, das wäre auch noch was. Geht das? Hier ist das Icon, das kann ich auch noch mal separat skalieren. Vielleicht werde ich ja bei Container fündig. Dann müsste es eigentlich Border sein. Rahmentyp oder Border Radius vielmehr. Border Radius ist hier einen größeren Border Radius mache. Dann wird mein Button auch mit runden Ecken versehen. Okay, wer hier nicht draufklicken will, weiß ich auch nicht. Ein Kritikpunkt, der immer wieder bei Elementor aufkommt, ist, dass es ein bisschen komisch ist, dieses Menü hier zu schließen. Weil man muss auf Elementor verlassen klicken und geht dann tatsächlich zurück in das Backend. Aber eigentlich möchte ich ja die Seite selbst sehen. Und das geht nur, indem ich dann wieder zurück auf die Seite gehe. Ich klicke hier noch mal so ein bisschen durch, nur damit wir uns mal anschauen können, wie schön dieses Layout tatsächlich ist. Menü. Hier ist die Menüliste. Das sieht sehr ansprechend aus für ein Restaurant, würde ich mal sagen. Eine Galerie haben wir auch noch. Hier ist die Galerie und hoffentlich mit den schönstmöglichen Bildern, die wir uns hier für diese Website vorstellen können. Ja, also mir gefällt das sehr gut. So gut, dass ich mir noch ein Layout angucken möchte. Und jetzt kommt's. Hoffentlich haben wir wieder Glück beziehungsweise das Problem allgemein in den Griff bekommen. Zurück in das Dashboard. Dann in das JupyterX rein. Hier in die Templates. Und jetzt suchen wir uns mal ein neues Template aus. Das ist das Installierte und hoffen, dass dieses Template dann auch wirklich korrekt überschrieben wird. Was können wir uns denn jetzt mal aussuchen? Wie wäre es mit dem Uhrenshop oder? Ja, Kerzen. Wie wäre es mit einem Kerzenshop? Das ist doch super. Import. Und ich bekomme hier angeboten, nur den Content zu importieren. Eben war es so, dass auf jeden Fall der Full Import hier oben stand. Ich würde mal sagen, ich nehme den Full Import, klicke auf Install und schau, was passiert. Okay. Das hat sehr gut funktioniert und ungefähr 60 Sekunden gedauert, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie unsere neue Website aussieht und ob dann auch wirklich im Hintergrund auch alle Dateien von dem anderen Theme gelöscht wurden. Ja, also das neue Layout sieht auch wiederum sehr, sehr gut aus. Und wenn ich jetzt mal auf Elementor gehe und die Seite hier bearbeite, dann ist es ganz interessant. Und zwar, wenn ich hier auf den Link klicke, passiert gar nichts. Aber ich kann auf Header, Sticky Header und Futter klicken. Das heißt, ich kann anscheinend nur vordefinierte Sektionen von diesem Layout abändern. Ich hätte schon gedacht, dass es möglich ist, zum Beispiel das hier zu ändern. Mal schauen, was passiert, wenn ich auf Elementor und dann Header. Und jetzt kann ich tatsächlich den Header bearbeiten. Das sind die Elemente, die hier sind. Das ist auch wirklich nur diese beiden Sachen, also diese eine Zeile kann ich bearbeiten. Hier drunter ist auch noch, ja, das ist nur ein Füllertext, der nur dazu da ist, dass wir ein bisschen Platz von oben nach unten haben, um tatsächlich von einem Header und einem Futter sprechen zu können. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich nur den Header aus dem Bereich editieren kann. Ich gehe nochmal zurück und das wäre dann ja auch nur dieser Bereich hier, den ich gerade im Backend editieren konnte. Was passiert, wenn ich den Sticky Header bearbeiten möchte? Dann ist es so, dass ich letztendlich, ja, hier ist gar nichts, was ich bearbeite. Also hier muss ich dann Inhalte hinzufügen oder kann Inhalte hinzufügen, wenn ich das möchte. Okay, es geht wieder zurück und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Fußzeile zu bearbeiten. Der Vollständigkeit halber klicke ich jetzt mal da drauf. Übrigens muss man jedes Mal so ungefähr 10 bis 20 Sekunden warten und jetzt kann ich hier unten die Fußzeile tatsächlich bearbeiten. Okay, ich halte es für sehr wichtig zu wissen, dass das Ganze so funktioniert. Denn andere Themes machen das mit ihren jeweils anderen Editoren vielleicht etwas anders. Da ist es ein bisschen integrierter sozusagen. Immerhin kann man mit dem Elementor arbeiten, aber auch nur das, was jeweils das Theme freigibt. Und das ist gut zu wissen. Die Frage ist, wie kann ich denn jetzt den Rest dieser Seite hier? Da steht zum Beispiel bearbeiten. Ich klicke mal auf Seite bearbeiten und hier ist dann tatsächlich der Text, der in der Mitte angezeigt wird mit einem Bild, ganz einfach hinten im Backend Editor, im normalen WordPress Editor oder im Classic Editor integriert. Das sollte man dann schon wissen, dass es notwendig ist, mit diesem Theme auf diese Art und Weise zu arbeiten. Denn das macht es unter Umständen ja auch etwas komplizierter, vor allem, wenn ich mir die Optionen hier angucke, ob Content überlappt werden soll. Und ich muss dann schon rausfinden, was das hier alles bedeutet letztendlich. Und das dürfte die Einarbeitung ein bisschen erschweren. Es ist ja immer so, wenn man einmal weiß, wie es geht, es ist einfach. Aber letztendlich muss man jedes neue Theme sich komplett neu aneignen. Und da ist es wichtig zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen probieren wir das ja für dich vorher aus. Die Möglichkeit, selbst Pop-Ups zu erstellen, ist wirklich essenziell für moderne Websites. Denn wir müssen ja auch irgendwie an die E-Mail-Adressen unserer Besucher kommen. Denn nur hier lässt sich auch wirklich effektives Marketing betreiben. Okay. Jet Pop-Up ist direkt bei Jupiter X eingebaut. Und man kann hier hingehen und selbst neue Pop-Ups anlegen. Komplett von Null auf selbst designen. Oder aber aus der Bibliothek ein paar Vorlagen nehmen, die ich ziemlich cool finde. Nehmen wir doch einfach mal, also ich kann hier oben zum Beispiel auch sortieren. Aber ich finde cool, dass man hier zum Beispiel, ja, melde dich an und dann kriegst du 10% Discount. Also klicke ich auf Add, bestätige. Und dann geht auch schon Elementor auf mit der Vorlage, die ich gerade eben erst ausgewählt habe. Ich kann hier jetzt den Content nach Belieben verändern, an ein anderes Bild nehmen, den Text natürlich übersetzen. Ich müsste das Ganze auch an die deutsche Gesetzgebung entsprechend anpassen. Aber das ist halt, ja, ganz normal über den Elementor zu erledigen. Und was ich jetzt wirklich machen möchte, ist einstellen, wann dieses Pop-Up angezeigt wird. Und das kann ich hier unten links über die Einstellungen machen. Da kann ich dann zum Beispiel in den, also erstmal kann ich den ganz, kann ich den veröffentlichen. Dann kann ich sagen, wie die Animation aussehen soll, welche Animation zum Anzeigen. und kann sagen, wann das Ding geladen werden soll. In Activity Time, Try Exit. Also wenn ich mit dem Mauszeiger rausgehe, das wäre dann das Exit Pop-Up. Show Once wäre wahrscheinlich auch ganz gut, dass man die Leute nicht nervt. Und man könnte, sagen wir mal, nach einer Woche oder so den Pop-Up nochmal anzeigen. Das ist auch eine super Einstellung. Und jetzt kommen noch die Display Conditions. Das ist ganz wichtig. Ohne solche kann es natürlich nicht angezeigt werden. oder weiß das Plug-In nicht, wo es auf der Seite das anzeigen soll. Und ich mache jetzt einfach mal hier Entire Site, aber ich kann auch sagen Singular, zum Beispiel nur auf der Startseite. Und so ganz genau für bestimmte Unterseiten, ganz bestimmte Pop-Ups erstellen. Und das ist halt wirklich eine ganz essentielle Marketing-Funktion heutzutage. So, ich lasse es erst einfach mal Singular auf Frontpage und teste das damit. Save. Und mache das Ganze zu. Gehe auf Speichern. Und jetzt sollte das Plug-In eigentlich schon sichtbar sein. Also, machen wir das Ganze mal zu. Elemente verlassen. Dann gehen wir mal auf die Startseite. Und hier sollte es eigentlich so sein, dass wenn ich versuche, die Seite zu verlassen, das heißt mit dem Mauszeiger rausgehe, dass dann das Pop-Up geladen wird. Kann auch sein, dass ich da zuerst ausgeloggt sein muss. Ah ne, da ist es. Wunderbar, hier ist das Pop-Up. Und schon kann ich E-Mail-Adressen sammeln. Falls du noch nie die Settings von Elementor gesehen hast, hier ist auch noch anzumerken, dass gewisse Beitragstypen, also Content-Typen, auch noch aktiviert werden können. Ich habe jetzt hier noch nichts dran geändert. Das bedeutet, auch normale Seiten und Beiträge können dann automatisch mit Elementor bearbeitet werden. Und hier sind noch ein paar allgemeine Einstellungsmöglichkeiten, erweiterte Einstellungsmöglichkeiten und Raven. Raven sind Plug-Ins, ist ein Plug-In für Elementor vom Hersteller des Jupyter-Themes. Das sind einfach die verschiedenen Content-Elemente, die es hier gibt. Also wir könnten ja einfach mal hingehen und eine neue Seite erstellen. Hennen wir die einfach mal Content-Elemente und speichern. Und jetzt sehen wir ja, dass wir für die normalen Seiten, die wir erstellen, gar keine Unterstützung für Elementor haben. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das in den Einstellungen noch gar nicht aktiviert haben. Machen wir das doch gleich mal. Also ich möchte auch meine Seiten mit Elementor bearbeiten und jetzt gehe ich zurück auf die Seiten und auf die Seite Content-Elemente und siehe da, jetzt habe ich oben auch mit Elementor bearbeiten. So, jetzt bin ich auf der Seite und kann die bearbeiten und wenn ich hier mal auf der linken Seite durchscrolle, dann sehe ich, dass ich hier viele Möglichkeiten habe, die von Elementor selbst zur Verfügung gestellt werden. Die generellen, aber dann auch die Raven-Elements. Das sind die Elemente, die vom Hersteller selbst hinzugefügt wurden. Also es gibt hier so viele, nicht nur die, es gibt auch die von Jet-Elements und es lassen sich ja auch viele über Plugins auch noch nachinstallieren. Das sind dann noch weitere Elemente und es gibt auch noch Filter, die sind auch vom Hersteller. Man sieht hier schon, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Content-Elemente einzusetzen. Das ist absoluter Wahnsinn. Welche Content-Elemente du dann verwendest, das bleibt natürlich dir überlassen. Es ist auch nicht immer so, dass es da große Unterschiede gibt, vor allem bei den Basis-Elementen wie Überschrift. Ich zeige es einfach mal. Fügen wir einfach mal eine normale Überschrift über Elementor ein, die Basis-Content-Elemente und dann machen wir das Gleiche nochmal über diese, wie heißen sie, Raven-Elements und nehmen wir hier auch mal das Heading. Okay, es fällt auf, dass hier die Sachen nicht so gut übersetzt sind, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann sehe ich, so sieht das eben aus, wenn ich die Überschrift einfügen möchte. Ich kann hier, das ist das, was ich bei diesem Content-Element ändern kann und wenn ich hier oben drauf klicke, habe ich tatsächlich dann sogar mehr Möglichkeiten. Ja, aber es gibt Elemente, die findest du einfach nicht in Elementor, sondern musst sie quasi über die Raven-Elements einfügen. Auch sehr cool sind die Templates von Elementor. Hier sehen wir beispielsweise, wenn ich mal zurückgehe, die verschiedenen Templates je nach Kategorie. Also hier kann ich Templates erstellen für alle möglichen Bereiche meiner Seiten und hier, wenn ich zum Beispiel auf das Sticky-Header gehe und dann mit Elementor bearbeiten, dann komme ich in den Bereich, wo ich das Ganze bearbeiten kann. Ja, das ist der Header hier oben, den kann ich hier einmal zentral abändern. Wenn ich hier zum Beispiel drauf klicke, kann ich ein anderes Logo auswählen oder auch andere Links einsetzen und dann wird das auf der ganzen Seite aktualisiert. Das ist auch sehr schön geregelt. Ist nicht überall bei anderen Teams so einfach zu machen, aber hier über die Integration mit dem Elementor wirklich sehr schön und sauber gemacht. Hier bin ich mal in den Theme-Customizer reingegangen über die normale WordPress-Version und was ich mal ganz gerne mache, ist gucken, wie das Ganze mit anderem Font aussieht und wenn ich mich nicht täusche, sieht das schon mal ganz anders aus. Das scheint integriert zu sein mit JupyterX. Wenn ich jetzt hier auf Menüs klicke, das sieht aus wie WordPress, aber wenn ich auf Fonts und Topography klicke, das sieht normalerweise nicht so aus in WordPress. Ganz interessant. Ich kann also für alle möglichen Bereiche selbst einen Font erstellen. Machen wir doch hier einfach mal etwas anderes und zwar hier ist Montserrat eingestellt und ich glaube, kann man hier draufklicken. Mal schauen. Ja, also wir sehen ja schon, dass der Font sich hier ändert. Das hat funktioniert. Allerdings habe ich hier nur drei Fonts in der Auswahl. Ich bin mir sicher, dass ich hier auch noch über Umwege die Google Fonts verwenden lassen. lassen wir es einfach mal vielleicht auf. Ja, so sieht es auch schon besser aus. Man sollte bezüglich der Fonts wissen, dass es hier zu Konflikten kommen kann, je nachdem, was alles installiert ist. Das ist ja der Nachteil einer Drittpartei-Integration, wie jetzt zum Beispiel JupyterX verwendet Elementor von einem anderen Hersteller. Es gibt jedoch Dokumentationen auf der Seite, die genau beschreibt, wie diese Konflikte aufzulösen sind. Das heißt, es ist einfach so, dass Elementor teilweise die Fontauswahl überschreibt und dann wundert man sich natürlich, dass im WordPress Customizer eine Voreinstellung dann nicht überall übernommen wird. Also dessen muss man sich bewusst sein und dann einfach mal auf die Suche gehen, wo denn jetzt am besten der Font eingestellt wird. Und man kann es pauschal auch nicht sagen, weil du müsstest dazu ja eine Entscheidung treffen, welches Plugin du verwendest. Du kannst ja den Elementor verwenden, du kannst auch WP Bakery zum Beispiel verwenden und je nachdem, was du verwendest, musst du es halt an anderer Stelle optimieren oder einstellen. Unabhängig von den Fonts, es gibt noch eine Menge andere Möglichkeiten, hier Sachen einzustellen und man sieht das hier, wie lang das ist. Lässt sich wirklich alles bis ins Detail konfigurieren und das ist soweit Standard und auch gut gemacht. Deswegen gucken wir uns mal etwas anderes an. JetMenu ist vielleicht auch noch eine Erwähnung wert. Das ist ein Menu-Tool, eigentlich eine Erweiterung für Elementor und damit lassen sich sehr umfangreiche Menüs erstellen. Das dauert wirklich ein paar Minuten, so ein Menü zu erstellen. Deswegen zeige ich dir einfach mal, wie so ein Menü dann letztendlich aussieht. Das wäre dann so ein Menü. Man kennt das ja, oben ist die Leiste und dann hat man auch alle möglichen, also die Möglichkeit, alle möglichen Content-Typen in das Menü reinzunehmen und ist nicht begrenzt auf eine einfache Liste von entweder vertikalen oder horizontalen Links. Und das ist natürlich auch eine sehr coole Funktion. So, das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, du hast ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie Jupyter X aussieht, wie man damit arbeiten würde, vor allem in Kombination mit Elementor. Es gibt noch deutlich mehr Optionen, aber die mussten wir ja aufgrund der Probleme ganz am Anfang deaktivieren. Also ich bin jetzt hier mal auf die Plugin-Seite gegangen und hier sind ja die ganzen inaktiven Plugins und das sind alles Funktionen, die wir noch gar nicht uns genau angeguckt haben. Also es gibt da noch mehr zu entdecken. Ich halte das insgesamt für ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Theme. Man sollte sich vielleicht nur bewusst sein, dass durch die Verwendung von Plugins von Drittherstellern es zu Problemen kommen kann. Aber dafür ist er dann auch der Supporter. Also ich denke mir, hier ist nichts dabei, was unüberwindbar ist. Aber es zeigt sich tatsächlich, dass zum Beispiel der Hersteller des Themes Avada vielleicht ein bisschen Recht damit hat, wenn er sagt, dass sie selbst ihren eigenen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor entwickelt haben, damit es eben nicht zu solchen Konflikten kommt. Ja, also idealerweise gäbe es ein großes Plugin von einem Hersteller, der alle Funktionalität, die es in WordPress-Plugins gibt, abbildet. Aber das ist ja dann auch wiederum unrealistisch. JupyterX finde ich dennoch sehr, sehr attraktiv. Und wenn ich mich nicht täusche, dann ist die Website hier gerade aktualisiert worden. Ich sah noch kurz vorher noch ein bisschen anders aus. Okay, es gibt eine Menge sehr attraktive Layouts. Das fand ich echt super und auch das, was wir zum Schluss verwendet haben. Also es ist schon sehr, sehr attraktiv, was man mit JupyterX machen kann. Man braucht vielleicht hier nur ein oder zweimal mehr Kontakt mit dem Support. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im SearchOne Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.